Das ist schon so der Albtraum eines Autisten, also wenn du so Dinge ordnen musst, wirst du halt wahnsinnig hier irgendwie voll. Es wird ein bisschen messihaft hier, dieser Laden mit den Filmspielsachen. Und es ist offensichtlich so vom Fidusmak inszeniert, damit wir auf das Thema Kindheit kommen, so stellen wir Wander eine Falle. Es ist ein Ruheort, in dem man sich retten kann oder finden kann, viel mehr als ein Reflexionsort, ein analytischer Ort, der irgendwie Erklärungen beinhaltet oder die man dort finden könnte. Das ist dann einfach ein Punkt der Ruhe. Und eigentlich, wenn wir im Tourbus fahren und einen Comic lesen oder was immer man im Tourbus macht, ist es vergleichbar mit der Unbedarfte, die man mit acht hatte früher. Rock'n'Roll ist so die Weigerung erwachsen zu werden, denke ich mir auch manchmal. Aber so grundsätzlich ist das ja auch nicht eine, wie sagt man, eine Konzeptplatte oder so, die Niente. Vielleicht ist es eine gescheiterte Konzeptplatte, also so. Uns hat das Thema kurz interessiert und dann haben wir zwei, drei Lieder gemacht. Wie ein Kind, oder? Und da nimmt man ein neues Spielzeug und ein neues Thema irgendwie. Voll. Und so sind irgendwie nur so Ruinen der Kindheit auf dieser Platte. Ich weiß nicht, ob unser Blick zwischen Zukunft und Vergangenheit schweift. Am Ende musst du auch einfach eine Geschichte erzählen mit einer Platte und mit dem arbeiten, was da ist. Also das ist irgendwie dann Zufall. Und ja, im Idealfall erzählen überhaupt so mehrere Platten die Geschichte eines Lebens. Das fänden wir sehr schön, wenn das so wäre. Das, wo wir Kinder sind. Wir gehen gemeinsam hinaus. Dort geht ein schöner Wind. Man will eigentlich kein Kind mehr sein. Einfach. Also überhaupt nicht. Die Kindheit muss genutzt werden als so ein wohliger Ort von damals oder ein Idyll. Und am besten verklären wir das einfach. Am besten vergessen wir das Traurige daran. Am besten vergessen wir den Schmerz daran. Am besten haken wir das einfach ab. Im Studio bearbeiten wir ja nicht Themen, weißt du. Also wir sitzen ja nicht im Studio und so. Boah Ray, wie war deine Kindheit? Weißt du. So. Ja. Nicht. Ja. Also das passiert ja nicht. Da geht es um Intuition und Musik. Das ist etwas völlig anderes irgendwie. Ich schreibe und wir spielen es und irgendjemand drückt den Knopf. Wie im Traum und Kolumbus schau'n. Deine Angst und Müll. Es wird eine schöne Rüstung sein. Doch wir beide passen nicht hin. Die Amore und die Bussi, das war auch in einer Zeit, in der es ja nicht eigentlich darum ging, Platten zu machen. Weißt, sondern da ging es mehr darum, aufzuwecken oder, weiß nicht, so berühmt zu werden. Keine Ahnung. Weißt, einfach diese Verdess überwinden. Das war diese Phase. Sturm und Drang und so. Und machen und hoffen, dass sich das irgendwie ausgeht. Und jetzt, glaube ich, beginnen wir zu lernen, wie man Platten macht. Also voll. Wie gesagt, das ist ein gescheitertes Konzept, Niente. Es geht nicht um Kindheit. Es geht auch nicht um Tod. Nur es geht irgendwie um alles, so wie immer. Aber sie ist, glaube ich, auch homogener als die anderen beiden. Und dann sagen sie gut auch doch, wir beide passen nicht hin. Untertitelung des ZDF, 2020